Woran kann es liegen, wenn dein Tier zwar gerne auf dich hören würde, es aber nicht tut? In dieser Podcast-Episode erfährst du drei Gründe dafür und natürlich, was du tun kannst, damit du und dein Tier einen gemeinsamen Weg geht. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Sowohl an alle, die auf den klassischen Podcast-Kanälen zuhören oder vielleicht auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, als auch natürlich alle auf YouTube. Auf YouTube ist unser Kanal in letzter Zeit gewachsen. Also vielleicht sind auch ganz neue Menschen hier dabei, die jetzt gerade zuschauen, zuhören. Also herzlich willkommen an euch alle. Und ja, diesen Podcast gibt es seit 2017. Mich würde natürlich mal interessieren, wie lange ihr schon zuhört. Also schreibt das gerne auch mal, wenn ihr bei YouTube zuschaut, in die Kommentare. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir noch mehr Abonnenten bekommen, sowohl für den Podcast als auch auf unserem YouTube-Kanal. Also gern einfach mal das Ganze abonnieren, wenn dich unsere Inhalte interessieren. Denn ja, wir sind daran interessiert, einfach noch mehr Menschen zu erreichen rund um Tierthemen. Aber lass uns jetzt einfach mal starten. Hast du ein Tier, was du sehr liebst und du möchtest ohne großen Druck, ohne Dominanzgehabe mit deinem Tier umgehen? Und trotzdem hast du das Gefühl, mein Tier hört nicht so wirklich auf mich. Das wollen wir uns in dieser Episode mal näher angucken. Woran kann das liegen? Wir haben ja einerseits oftmals so im klassischen, vor allem Hundetraining, Pferdetraining, diese Ansicht, ja, du musst mit Dominanz dran gehen und es muss immer so sein, du musst dich über dein Tier stellen. Du musst es besser wissen als dein Tier. Dein Tier hat dir zu gehorchen und wenn dein Tier nicht das tut, was du gerne hättest, dann will dein Tier dich vielleicht austesten, zweifelt deine Autorität an und du musst dich da auf jeden Fall durchsetzen. Wir bei Animal Creation haben da einen anderen Ansatz. Denn was wäre, wenn dein Tier tatsächlich immer mit dir gemeinsam kreieren möchte, mit dir gemeinsam euren Alltag bestreiten möchte und eigentlich auch daran interessiert ist, die Freundschaft zu dir zu halten. Aber dass in diesen Momenten, wo zum Beispiel dein Hund immer wieder an der Leine zieht, obwohl ihr das vielleicht schon ganz viel trainiert habt, wo es Probleme gibt bei Hundebegegnungen, wo dein Pferd vielleicht aggressiv wird in bestimmten Situationen oder auch deine Katze zum Beispiel in die Wohnung markiert oder sich ganz anders verhält, als du es dir wünschst. Was, wenn all diese Momente eine Art der Kommunikation ist, die dein Tier mit dir hat? Dass dein Tier dir etwas mitteilen möchte oder dass etwas noch nicht so funktioniert, wie es für euch beide passt, dass vielleicht auch ein Bedürfnis deines Tieres nicht erfüllt ist und dass es nicht dann darum geht, in diesen Momenten mal zu zeigen, wer hier der Boss ist, sondern eigentlich, dass du ganz anders an die Sache herangehen könntest. Und wir schauen uns drei Themen an in diesem Podcast und was du da machen kannst. Was wäre, wenn du einfach für diesen Podcast, für dieses Episode und gerne auch weit darüber hinaus mal davon ausgehst, dein Tier ist dein Freund. Dein Tier ist nicht jemand, den man die ganze Zeit erziehen muss. Natürlich gibt es Training und das kann man auch machen, ist auch alles gut. Aber was, wenn es nicht darum geht, ich muss die ganze Zeit mein Tier kontrollieren, sondern wenn du mehr danach fragen kannst, wie können wir unseren Alltag so gestalten, dass er für uns beide passt, dass ich natürlich genau auch mal Nein sagen kann, wenn mir etwas nicht passt, dass ich auch gewisse Regeln setzen darf. Natürlich. Es geht nicht darum, dass dein Tier dir auf der Nase herumtanzt. Aber was, wenn es wie in jeder Freundschaft ist? Jede Freundschaft hat gewisse Regeln, an die man sich halten darf. Und wenn einer die bricht, dann muss man halt schauen, was man jetzt damit macht. Ja, und wenn du es eigentlich auf dieser Ebene siehst, du bist mit drin in der Beziehung zu deinem Tier und dein Tier ist mit drin und ihr dürft einfach mal schauen, wie passt es für euch beide. Wenn du mit der Haltung da dran gehst, an das, was ich dir jetzt als nächstes sage, dann kann es vielleicht sein, dass du es sehr viel leichter aufnehmen kannst und dass es für dich und dein Tier auch einfach einfacher wird im Alltag. Okay, lass uns mal starten. Was ist der erste Punkt? Wenn du mal davon ausgehst, dein Tier möchte eigentlich gar nicht gegen dich gehen, aber es kann es vielleicht gerade nicht anders. Das erste Thema, der erste Punkt ist unklare Kommunikation. Die Frage, weiß dein Tier überhaupt wirklich, was du von ihm möchtest? Denn du kennst das vielleicht von Beziehungen zu Menschen. So oft denken wir, der andere weiß doch ganz genau, was ich ihm mitteilen möchte. Der andere weiß doch ganz genau, was mir wichtig ist und was ich von ihm möchte. Aber ist das wirklich immer so? Manchmal reden wir über etwas und wir haben etwas ganz anderes im Sinn. Oder wir drücken uns missverständlich aus. Und das kann in der Kommunikation im Alltag mit deinem Tier genauso sein. Und zwar genau dann, wenn du vielleicht deinem Hund ein Kommando gibst, aber eigentlich etwas ganz anderes im Sinne hast. Oder wenn du eigentlich zum Beispiel möchtest, dass dein Tier ruhig ist, entspannt ist, aber du bist es selber nicht. Du strahlst Unruhe aus. Wenn du dir zum Beispiel immer wieder ausmalst, was alles Schlimmes passieren könnte, wenn ihr zum Tierarzt fahrt, was alles schon auf der Fahrt schief gehen könnte, was alles im Behandlungsraum schief gehen könnte und so weiter und so fort. Was passiert in diesen Momenten? Du strahlst zwei verschiedene Botschaften aus. Einerseits sagst du vielleicht deinem Tier, ist doch alles gut, aber dein Tier merkt schon in der Stimme, so ganz ernst meint sie oder er es nicht. Denn da ist noch eine andere Botschaft, zum Beispiel, oh, das wird gleich wieder sowieso wieder schief gehen. Wenn zum Beispiel da schon die Geschichte der Hintergrund ist, dass ihr immer mal wieder bei Hundebegegnungen mit bestimmten Hunden Probleme habt, wie oft hast du dann schon im Kopf dieses feste Bild, oh, jetzt wird es gleich wieder problematisch. Oder jetzt, wenn wir Besuch bekommen, mein Hund wird sowieso wieder ausrasten. Und das ist einfach der erste wichtige Schlüssel. Werde dir zum einen erstmal klar, was erwartest du wirklich von deinem Tier? Kann dein Tier das leisten? Also manchmal haben wir vielleicht auch Ansprüche, Erwartungen und so weiter an uns selbst oder vielleicht auch an unser Tier, die wir selbst oder die unser Tier gar nicht in der Lage ist zu leisten. Kann zum Beispiel ein Tier aus dem Tierschutz von Tag 1 an, wo es zu dir kommt, wenn es vielleicht gerade von der Straße irgendwo gerettet wurde in einem anderen Land, kann es von Tag 1 total entspannt bei dir sein und weiß alles und kennt sich komplett aus? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt ein Extrembeispiel und wahrscheinlich hast du auch nicht so hohe Erwartungen an dein Tier. Aber schau doch mal, ist es wirklich möglich für dein Tier, dass das, was du dir von deinem Tier wünschst, dass es das jetzt schon leisten kann? Oder ist es vielleicht einfach ein längerer Weg und du darfst kleine Fortschritte, kleine Momente, in denen es schon funktioniert, einmal mehr wertschätzen, anerkennen, sehen, dich dafür bedanken und bei den Momenten, wo es noch nicht so gut funktioniert, einfach weitermachen, dranbleiben. Sehr viel hat eben auch mit dranbleiben zu tun. Aber wenn wir mal noch bleiben bei dem Thema Kommunikation mit deinem Tier und Klarheit, da ist jetzt einfach eine Übung für dich, die ich dir mitgeben möchte, für diesen Punkt, dass du wirklich einmal im Alltag beobachtest, wo ist dein Fokus, wenn du Zeit verbringst mit deinem Tier. Gerade auch wenn es jetzt um eine Situation geht, in der dein Tier dir eben noch nicht auf dich hört, möchte ich eher sagen, wo bist du in dem Moment mit deiner Aufmerksamkeit? Bist du innerlich mehr damit beschäftigt, sogenannte Gefahren oder was alles schiefgehen könnte, abzuwehren? Bist du in der Reaktion schon, bevor irgendetwas passiert? Also malst du dir schon aus, oh je, gleich passiert es wieder und gleich wird es wieder so und dann reagiere ich so und dann reagiere ich so? Oder bist du wirklich auf das fokussiert, was du möchtest? Um das nochmal klarer zu machen, wenn du zum Beispiel einen ruhigen Gassigang oder ein entspanntes Ausreiten oder Spazierengehen erleben möchtest oder eine ruhige Fahrt zum Arzt, Tierarzt mit deinem Tier, gehst du dann, setze wirklich den Fokus auf Entspannung, auf wir schaffen das schon, es muss nicht perfekt sein, aber wir schaffen das gemeinsam, wir gehen da jetzt ganz entspannt ran oder ist es, oh nein, ich muss mich dagegen schützen, was könnte wieder alles passieren, ich muss vorbereitet sein und hältst du dann vielleicht auch in dem Moment die Leine ganz angespannt oder die Zügel oder den Strick ganz angespannt oder bist du schon wirklich auch mit deinem Körper in so einer Haltung von, oh nein, da passiert gleich wieder was, ist deine Atmung vielleicht angespannt, denn all das sind Signale, die du deinem Tier sendest, ob du möchtest oder nicht. Tiere können sowohl unsere Körpersprache als auch unsere Emotionen, als auch unseren generellen Zustand, unsere Ausstrahlung können sie mitbekommen und das ist die Kommunikation, die du bereits hast mit deinem Tier. Und das Einzige, was man da machen kann, ist tatsächlich sich immer wieder bewusst zu werden, Moment mal, kommuniziere ich gerade vielleicht eher das, was ich nicht möchte und versteht mein Tier mich gar nicht, weil ich mich ja die ganze Zeit innerlich auf das konzentriere und das sende, was ich eigentlich vermeiden möchte oder bin ich ganz absolut klar und bleibe einfach bei meiner Botschaft, zum Beispiel wir schaffen das jetzt gemeinsam oder sei jetzt bitte still, sei ruhig, wir machen das jetzt ruhig und du brauchst keine Angst zu haben beziehungsweise du darfst Sicherheit haben, ja, wo bin ich mit meinem Fokus? Das wäre für dich eine große Übung, wenn du da einfach mal schaust, ist es denn vielleicht so, dass du deinem Tier zweideutige Signale sendest oder sogar mehrdeutige Signale, sodass dein Tier vielleicht auch gar nicht verstehen kann, was du von ihm möchtest. Und das ist die Basis für alles. Und gehen wir trotzdem mal weiter. Ein zweiter Punkt, warum dein Tier vielleicht nicht das tut, was du von ihm möchtest, obwohl es das gerne würde, ist Dauerstress. Also so ein Dauerzustand von Stress. Das ist ein Dauerreaktionsmodus. Wenn wir da mal auf den Bereich Nervensystem gehen, wenn du selbst oder dein Tier in einem Dauerzustand von Stress sind, von ich muss auf Reize, die im Außen sind, muss ich reagieren. Alles ist für mich relevant. Es gibt viele Tiere, mit denen wir arbeiten, die halt sehr, sehr viel mitbekommen und die irgendwann mal abgespeichert haben, vor allem Hunde oft, ich muss mich hier um alles kümmern. Ich muss alles, was da ist, ob da ein Reh langläuft oder ob da andere Menschen kommen, ich muss mich um alles selbst kümmern. Und alles ist hier relevant und ich kann nicht einfach sagen, okay, das gebe ich mal ab an meinen Menschen oder ach, da hinten läuft jemand, aber das ist für uns vollkommen irrelevant. Es ist so ein Dauerzustand von, ich muss reagieren können. Und das ist im Nervensystem meist eben diese drei Zustände, die wir kennen. Das ist Einfrieren, so von wegen, ich mache mich unsichtbar, wenn ich sozusagen erstarre, wenn ich einfriere und mich totstelle, in Anführungsstrichen, das ist, wenn der Körper angespannt ist und wenn man aber auch vielleicht wie so ein bisschen gelähmt ist, dann lasse ich einfach die Dinge über mich ergehen, die da gerade passieren und dann wird mir hoffentlich nichts Schlimmeres passieren. Das kann aber auch der Reflex sein, wegrennen zu wollen, Flucht, also einfach wegrennen, dann kann mich ja auch keiner mehr packen, dann kann mir nichts passieren. Und es ist auch die dritte Möglichkeit, diesen Zustand, den wir dann haben, ist Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Vielleicht kannst du auch mal schauen bei deinem Tier, welche dieser drei Reaktionen dein Tier meist zeigt und in diesem Zustand sind wir nicht in der Lage, wirklich zuzuhören. Also wenn dein Tier aus welchem Grund auch immer in einem Zustand ist, wo sein Nervensystem schnell überlastet ist, schnell gestresst ist, dann ist es, wenn es in diesem Zustand ist, nicht in der Lage, besonders gut von dir etwas zu hören. Also es hört dich natürlich schon, wenn du etwas sagst, aber es kann deine Signale nicht richtig umsetzen, es ist in einem Alarmzustand und es ist nicht in der Lage, was Neues dazu zu lernen oder wirklich deine Info zum Beispiel, hey, alles gut, du kannst dich entspannen, das kann es in dem Moment nicht annehmen. Das ist so wie, hey, hier ist doch gerade irgendwas ganz Schlimmes, wieso hörst du denn nicht auf mich? Ich kann dir jetzt nicht zuhören, denn ich muss mich ja hier um diese Sache kümmern, die so schlimm ist. Es kann sein, also wie kann es überhaupt dazu kommen, dass dein Tier in so einem Dauerstress Modus ist. Es kann zum einen natürlich sein, wenn du selbst sehr viel gestresst bist, wenn du vielleicht eine Arbeit hast, die dich sehr herausfordert. Es muss ja noch nicht mal was Schlimmes sein oder was Traumatisches sein, aber wenn du selbst in so einem Zustand bist von, oh, alles ist angespannt und so, das bekommen die Tiere natürlich auch mit und gehen dann da mit rein, weil sie denken, es wäre eine Gefahrensituation. Es kann aber zum anderen natürlich auch sein, dass dein Tier traumatisiert ist. Also wenn es schon mal in bestimmten Situationen schlechte Erfahrungen gesammelt hat, wenn es vielleicht aus der Tötungsstation kommt oder was auch immer, dann kann es natürlich sein, dass in diesen Situationen, die ähnlich sind, immer wieder dieser Zustand getriggert wird und sie da wieder reingehen. Dann lohnt es sich natürlich, wenn du weißt, dein Tier hat ein Trauma, dann lohnt es sich, daran zu arbeiten mit einem Experten und dich da unterstützen zu lassen. Da haben wir zum Beispiel mit systemischen Aufstellungen schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Wenn es jetzt eher so dein Stress ist, dann kannst du da natürlich für dich selbst mit dran arbeiten. Auch da lohnt sich ein Animal Creation Coaching und generell kann man aber eben auch noch mal gucken, was hilft denn, ja, welcher Zustand, wie können wir das erreichen? Was hilft uns beiden, dass wir generell entspannter und gelassener sind? Es kann natürlich sein, dass dein Tier zu wenig Ruhepausen hat. Auch dieser banale Grund, also wenn du zum Beispiel zu viel machst mit deinem Hund, er zu oft gefordert ist oder wenn du einen Hund hast, den du mit zur Arbeit nimmst und du merkst so, manchmal wird es dann einfach zu viel. Also das haben wir auch öfter, diese Fälle, dass sie an sich schon ganz gerne mitkommen zur Arbeit, aber dass sie manchmal einfach wie überreizt ist. Und da muss man natürlich gucken, wo kann zum Beispiel der Hund in die Entspannung kommen? Oder wenn du merkst, dass dein Pferd in der Herde ist und da ist so eine Dauerspannung in der Herde, vielleicht weil die nicht ganz zueinander passt oder weil da so viele Veränderungen waren in der Herde oder weil generell der Ort, an dem dein Pferd lebt, da einfach viel los ist, dann muss man da natürlich gucken, was würde deinem Pferd in dem Fall helfen, auch mal zwischendurch abschalten zu können, in die Entspannung zu kommen. Und ja, da wäre jetzt für mich, für diesen Punkt, wenn du merkst, du und oder dein Tier seid zu oft gestresst, ihr seid in so einem Dauerzustand von Adrenalin oder von ich muss hier reagieren, dann schau einfach mal als erstes, wie kannst du für euch beide mehr Entspannung bringen? Wie könnt ihr öfter mal Pausen machen und wie kannst du vielleicht mit deinem Tier in kleineren Schritten etwas lernen, wenn du etwas möchtest von deinem Tier? Wie kannst du ihm in den Momenten, wo du merkst, es ist aufnahmefähiger, wie kannst du ihm da etwas vermitteln? Und ansonsten würde ich einfach, wenn du merkst, es ist etwas Chronisches, würde ich dir empfehlen, dir professionelle Hilfe zu holen, zum Beispiel eben durch einen Animal Creation Coach. Das dazu vielleicht erkennst du dich und dein Tier da ja auch schon wieder. Und ja, und ich habe jetzt tatsächlich auch für uns Tiermenschen oder für die Tiermenschen generell, habe ich nochmal in der Ausbildung, in der Animal Creation Ausbildung, also das, was ich wirklich an die Leute weitergebe, die bei mir üben, habe ich gerade die Ausbildung noch ein bisschen geupdatet. Da gibt es jetzt noch mehr Infos rund um das Nervensystem, wie man gerade auch als Tiermensch, als Tierhalter, wirklich das schafft, in die Entspannung zu kommen und diese Ruhe dem Tier zu vermitteln. Denn oftmals wissen wir auf der mentalen Ebene natürlich, ja, ich selber darf erstmal entspannt sein, dann kann auch mein Tier entspannt sein, das ist eigentlich ganz klar, aber wir schaffen es nicht, in diesen Zustand zu kommen, weil wir innerlich im Stress sind, im ich muss funktionieren, ich muss reagieren, ich muss alles perfekt machen und da so schlecht loslassen können. Und das ist natürlich auch eine Übungssache, wie man das schafft, aber da habe ich neue Übungen kreiert, die jetzt die Coaches, die gerade die Ausbildung machen, mitbekommen und die dann natürlich auch alle, die mit Animal Creation arbeiten, dann kennen werden. Okay, kommen wir zum dritten Punkt und das ist, wenn dein Tier gerne auf dich hören möchte, aber es nicht kann. Der dritte Punkt könnte sein, dass du noch nicht ganz authentisch bist. Tiere merken das ja sofort, sind wir ehrlich, sind wir ehrlich zu uns selbst, sind wir ehrlich zu unserer Umwelt. Das passt so ein bisschen zu dem ersten Punkt von wegen, kommunizierst du wirklich klar das, was du möchtest oder bist du vielleicht eher dabei, ja, mit den Dingen innerlich beschäftigt, die nicht zu dir passen. Und in diesem Bereich bist du wirklich authentisch, da zähle ich auch rein, ist es vielleicht so, dass du oftmals Emotionen unterdrückst. Also, dass du zum Beispiel von dir das Selbstbild hast, ich muss doch immer entspannt und ausgeglichen und positiv sein, aber du hast vielleicht manchmal passive Aggressionen oder sonst was. Du regst dich über etwas auf, was in deinem Leben nicht läuft und es ist auch menschlich, es ist normal, das kann passieren, aber vielleicht unterdrückst du das immer, weil du sagst, nein, ich muss doch stark sein, ich muss doch positiv sein, ich muss doch gut sein, die Sachen sind dann immer noch da, diese Energien, aber wenn wir es zu sehr runterdrücken, das merken auch unsere Tiere. Und ja, sie merken das einfach auch, wenn wir zum Beispiel Sicherheit ausstrahlen wollen und einen auf, ich bin ja so sicher machen und wenn wir darunter aber unsicher sind. Und da ist es ganz, ganz wichtig, einfach mal ehrlich zu sein. Ehrlich mit sich selbst und ehrlich mit deinem Tier. Dein Tier braucht es nicht, dass du immer perfekt bist, dass du immer entspannt bist oder so. Auch Tiere haben mal, ja, vielleicht Anspannung in sich und die lassen sie einfach raus. Also dazu habe ich ja auch schon einige Podcast-Episoden gemacht und es hilft einem Tier tatsächlich, wenn du einfach ganz ehrlich mal zu dir bist und dir eingestehst, wo du gerade wirklich stehst. Also ob es vielleicht oftmals so ist, dass du sehr hohe Erwartungen hast an dich und dein Tier und dass du dann schnell frustriert bist, wenn du, oder wenn die nicht erfüllt werden können. Was, wenn du dann tatsächlich in kleineren Schritten vorgehen kannst als bisher und wenn es gar nicht darum geht, wir müssen morgen alles super machen. Anderer Bereich zum Thema, bist du wirklich authentisch, ist noch der Bereich, möchtest du vielleicht mal öfter Grenzen setzen und mal öfter auch Nein sagen zu Menschen. Viele Tiermenschen, mit denen ich arbeite, haben das Thema, dass sie zu oft Ja und Ahm sagen, zu oft, ja, so People Pleaser sind, also das anderen Recht machen wollen und dass sie das, nein, nein, das kann ich jetzt nicht, nein, das funktioniert nicht für mich, dass sie das nicht so drauf haben. Und was ist dann tatsächlich? Du nimmst energetisch nicht deinen Raum ein. Du bist nicht wirklich da, du bist nicht wirklich präsent, und du kannst nicht wirklich sagen, hey, Moment mal, stopp, das funktioniert eben nicht für mich. Und das nimmt auch dein Tier wahr. Und tatsächlich ist das eine Quelle dafür, warum dein Tier dich vielleicht nicht in Anführungsstrichen ernst nimmt, wie es oft so gesagt wird. Ich würde eher sagen, dass dein Tier in dem Fall vielleicht sich nicht ganz sicher fühlen kann mit dir. Ich habe jetzt hier gerade im Hintergrund meinen Katertor, der ist wieder am Kratzbaum aktiv und wird jetzt auch hier gerade ganz aktiv und will mitwirken. Also es kann sein, wenn du halt, wenn zum Beispiel dein Pferd dir immer wieder in deinen Raum reinrennt, also zum Beispiel dich anrempelt, dir zu nahe kommt, dich überrempelt, oder über, ja, überrempelt, anrempelt, wie auch immer, dich übergeht, dann kann es zum Beispiel sein, dass du gar nicht richtig präsent bist und dass du dieses energetische Nein, Stopp, noch nicht so richtig drauf hast. Und natürlich sind auch Grenzen wichtig in der Beziehung zu unserem Tier, genau wie in jeder Freundschaft. Also ich sehe das nicht mit, ich setze mich damit über mein Tier und meine, ich bin was Besseres oder muss eben beweisen, dass ich stärker bin. Nein, es sind einfach diese gesunden Grenzen, die immer dann kommen dürfen, wenn zwei oder mehr Individuen miteinander zu tun haben. Dass du für dich weißt, was funktioniert für dich und was nicht. Zum Beispiel, wenn dein Tier immer wieder etwas macht, wo es ganz genau weiß, dass es das nicht darf, dann kannst du da auch noch mehr das Nein sagen lernen. Und das darf, das darf auch ein leises Nein sein. Es geht nicht darum, ich muss rumschreien und damit beweise ich, dass ich jetzt hier irgendwie mehr Macht habe. Dass es eigentlich gar keine echte Macht, sondern das ist, dass du das Nein energetisch verkörperst. Dass du ganz klar bist, nein, hier gibt es keine Diskussion und so ist es jetzt. Genauso darf dein Tier natürlich auch sein Nein äußern. Wenn dein Tier zum Beispiel nicht gestreichelt werden möchte und du machst es trotzdem, gehst trotzdem über die Grenzen deines Tieres. Ja, was, wenn das dann vollkommen okay ist, dass dein Tier auch mal nach dir schnappt oder sagt, hey, stopp, Moment, ich habe dir gezeigt, ich möchte das nicht. Es reicht jetzt. Also was, wenn du das genauso akzeptieren kannst von deinem Tier, wie du es auch von dir selbst akzeptieren kannst und darfst, wenn etwas für dich nicht passt. Und dieser Bereich, also da merken Tiere einfach, wenn wir zu oft Ja sagen oder uns nicht sicher sind oder eben erlauben, dass andere sozusagen auf uns herumtrampeln energetisch. und dann fangen sie teilweise auch damit an und zeigen uns einfach, hey, du hast ja gar keine Grenze. Du kommunizierst mir vielleicht Nein, aber du meinst nicht wirklich Nein. Wieso soll ich dann darauf hören? Noch mehr dazu zu diesem Thema, wie schaffst du das Nein zu sagen, kannst du bei uns in unserem ersten Buch Animal Creation nachlesen. Da habe ich das mal anhand meiner Katzen beschrieben und natürlich auch eine kleine Übung für dich, wie du das Nein sagen lernst, in allen Lebensbereichen, nicht nur mit deinem Tier. Also schau da ruhig mal rein in das Buch, wenn dich das interessiert, wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest. Und so kannst du einfach auch, also das wäre für mich der dritte Tipp für dich, lerne das Nein sagen. Und das nicht nur mit deinem Tier, schau doch auch mal mit deinen Freunden oder sonstigen Beziehungen, Partnerschaften oder auch im Berufsleben, wie kannst du noch öfter ganz klar kommunizieren, wenn du etwas nicht machen möchtest und man kann ja trotzdem dann einen Weg finden. Also was, wenn es nicht immer nur darum geht, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht oder alles muss nach deinem Willen laufen, sondern wenn etwas für dich ein Nein ist, wie kannst du trotzdem mit deinem Gegenüber einen Weg finden, der dann wiederum für beide passt. Denn manchmal gibt es mehr als nur den einen Weg. Also du siehst schon, es geht gar nicht darum, dass jetzt zum Beispiel dein Tier immer 100 Prozent deine Wünsche erfüllt. Du darfst natürlich auch lernen, dich auf die Wünsche und Bedürfnisse deines Tieres einzustellen und dass ihr einen gemeinsamen Nenner findet. Und was hilft noch dabei? Also manchmal hat man vielleicht Angst, oh, habe ich jetzt zu sehr meinen Willen da draufgelegt und mein Tier vielleicht zu etwas gezwungen, was es nicht wollte oder was auch immer. Frag doch einfach mal für dich nach, woran merkst du, dass du mit deinem Tier auf einem gemeinsamen Weg bist? Also woran merkst du, dass das für euch beide passt? Wie wird sich das für euch beide anfühlen? Wie wird es für euch beide sein? Und dann wirst du es merken. Also du merkst einfach den Unterschied, ist dein Tier zufrieden? Ja oder nein? Bist du zufrieden? Ja oder nein? Und wo ist sozusagen die Schnittmenge, wo ihr beide miteinander zufrieden sein könnt? Selbst dann, wenn noch nicht alles perfekt läuft. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel in einem Bereich, meist hat man ja in einem Bereich ein Problem. Zum Beispiel mit dem Hund nur draußen das Problem. Drinnen der liebste Hund der Welt, draußen das Problem. Oder genau andersherum. Und ja, auch da sind wir dann oftmals so da drauf, oh nein, draußen oder drinnen oder wo auch immer, funktioniert nichts. Aber stimmt das wirklich? Kann es sein, dass eure Beziehung an sich schon eine wundervolle Basis hat, aber dass du vielleicht noch an einem der Punkte, die ich heute genannt habe, mit deinem Tier oder vielleicht auch an mehreren Punkten, mit deinem Tier noch mehr arbeiten kannst und dann mach aber nicht eure Beziehung an sich schlecht. Also wenn du dann zum Beispiel sagst, nein, nichts klappt mit meinem Hund. Was, wenn das nicht so ist? Was, wenn ein paar Dinge wunderbar funktionieren und die anderen Dinge auch so werden dürfen? Auch so dieses Gefühl von Gemeinsamkeit, Verbundenheit. Du lässt dich noch mehr auf dein Tier ein und auf das, was ich dir mitteilen möchte, ohne dein Tier zu verurteilen oder dich selbst zu verurteilen und dein Tier hat auch die Möglichkeit, sich noch mehr an dir zu orientieren und da kann ich auch immer nur wiederholen, die Tiere folgen uns gerne dann, wenn wir das, was wir ihnen vermitteln wollen, wenn wir das wirklich leben. Das heißt, es kann sein, dass du erst mal ein paar Wochen oder Monate trainieren darfst, für dich persönlich, wie kann ich gelassen bleiben in jeder Situation und dass dein Tier nicht beim ersten Mal, wenn du gelassen bist, komplett sich anders verhält, sondern dass dein Tier dich eine Weile einfach mal beobachtet und wissen möchte oder herausfinden möchte, ob du das wirklich ernst meinst, ob du bei dem bleibst und es wirklich verkörperst und verinnerlichst oder was mit dir ist. Also da wäre mein allerletzter Tipp, fokussiere dich nicht zu sehr darauf, was dein Tier macht oder nicht macht, sondern schau eher, ist jetzt in der Art und Weise, wie wir unsere Beziehung leben. Passt das für uns beide und können wir diesen Weg noch mehr stärken? Kann ich mir selbst da noch mehr Vertrauen und meinem Tier auch Vertrauen gegenüber entgegenkommen lassen oder muss hier generell noch was verändert werden, sodass es für uns beide besser passt? Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei auf deinem Weg mit deinem Tier und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal und dann wird es wieder ein anderes spannendes Thema geben. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere Gratis-Inhalte gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest. und dann wird es auch in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.